Hallo Zwilling, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Zwilling, heute möchte ich gerne dir diese wundervolle Nachricht mit auf den Weg geben, die ich heute schon gespürt habe, wo die Karten danach geschrien haben, Zwilling, eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Schau mal Zwilling, der Frieden, die Ruhe, die Stabilität, die Sicherheit, die finanzielle Geschichte, alles, wonach du dich sehnst, kommt. Eine neue Zeit beginnt in der Energie von Zwilling. Zwilling hat bewiesen, dass Zwilling einen langen Atem hat. Zwilling hat bewiesen, dass die Gedanken, die dich beschäftigen, Hand und Fuß haben, wenn du sie angehst. Zwilling hat bewiesen und beweist, dass sie ein Herz hat. Zwilling hat bewiesen und beweist, dass jedes Problem hat eine Lösung und dass du alles in deinem Leben aus der Situation, aus den Augen der Liebe betrachtest, auch wenn du manchmal sehr impulsiv bist, auch wenn es dich manchmal überrannt, auch wenn du manchmal den Faden verlierst. Aber hier geht es darum, die Landesbotschaft, die Botschaft der Elften, die Botschaft des Lebens, die Botschaft deiner Intuition, die Botschaft der Liebe in dir bedeutet, freudige Erwartungen bringen dir die Lebenskraft, die Freiheit und den Frieden, den inneren Frieden, nachdem du dich sehnst. Wunderschön, Zwilling. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Danke für deine Likes, für deine Abos, für deine Kommentare. Sieben Termine, also sieben Termine für März habe ich noch frei für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Schreib mich also an und gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Zwilling, also wirklich der innere Frieden kommt und deine Lebenskraft ist die Freiheit, die du dir selber schickst. Ab nach vorne, Zwilling. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns. Bye.